Um von 100.000 Euro angelegtem Anfangskapital ein Endkapital von einer Million Euro zu erreichen, sind bei einer postulierten jährlichen Rendite von 8, 10 und 12 Prozent ungefähr 30, 25 und 21 Jahre erforderlich. Bei einer zusätzlichen Sparrate von 1.000 Euro pro Monat reduziert sich die Zeit entsprechend auf ungefähr 20, 17 und 15 Jahre. Wohlgemerkt ohne Berücksichtigung von Steuerabgaben und Kaufkraftverlust durch Inflation. Solange der Vermögensaufbau an eine mathematische Formel wie den Zinseszins gekoppelt ist, kann er nur durch Veränderung der Variablen beeinflusst werden. Nämlich besser investieren, das heißt höhere Zinsen durch die Suche nach besseren Anlagemöglichkeiten, mehr Zeit, also Steigerung des Zinseszinses durch Erhöhung der Anlagedauer und oder mehr Sparen oder anders gesagt Steigerung des Zinseszinses durch Erhöhung der Anlagesumme und der Sparrate. Vielleicht hört es sich bis hierher für den ein oder anderen unmotivierend an, aber es ist die Wahrheit. Eine weitere Wahrheit geht auf eine deutliche und vor allem seriöse Abkürzung auf dem Weg zu einem großen Vermögen ein. Nach einem kurzen Intro geht es weiter. Hallo, schön, dass ihr dran geblieben seid. Nach Smith besteht die große Schwierigkeit eben darin, erst einmal zu diesem Wenigen zu kommen. Während ich beispielsweise für meine ersten 100.000 Euro Nettovermögen ungefähr 10 Jahre als Arbeitnehmer schuften musste, habe ich als Unternehmer 100.000 Euro Umsatz mit nur einem einzigen Geschäftsabschluss gemacht. Davon grob 30% Nettogewinn. Ein schneller und dabei vor allem seriöser Vermögensaufbau durch Geschäftssysteme und Investitionen ist durchaus möglich, nicht aber leicht. Denn es geht darum, sich von dem einfachen Weg des Gehorsams und der Konformität zu entfernen. Das heißt, der Fokus muss auf der Produktion statt auf dem Konsum liegen. Denn hier befinden sich die kontrollierbaren, unlimitierbaren, respektive skalierbaren Variablen wie Reichweite, beispielsweise Erhöhung verkaufter Produkteinheiten und Größenordnung, also Steigerung des Gewinns pro verkaufter Produkteinheit. Die wohl größte Beschleunigung beim Vermögensaufbau ist jedoch die Veräußerung des eigenen Unternehmens und das ist im Prinzip das große, offene Geheimnis. Es ist eine Tatsache, dass ein sehr großer Teil aller Multimillionäre nach einigen Jahren Arbeit als Unternehmer durch eine große Einmalzahlung resultierend aus dem Verkauf ihres Unternehmens vermögend geworden sind. Gewöhnlich werden zu diesem Zweck sogenannte Branchenmultiplikatoren zu Rate gezogen, um ein Unternehmen marktorientiert zu bewerten. Beispielsweise bei öffentlich gehandelten Aktien wird der Multiplikator für das jeweilige Unternehmen durch das Kursgewinnverhältnis, kurz KGV, definiert. Das heißt, wenn ein Unternehmen beispielsweise mit einem KGV von 10 gehandelt wird, dann kaufen Investoren dieses Unternehmen für einen mit dem Faktor 10 multiplizierten Wert. Kurz gesagt, wenn jemand sein profitables Unternehmen zum Verkauf anbietet und liquidiert, dann ist das der schnelle und seriöse Weg zu einem großen finanziellen Vermögen. Und es ist offenkundig, dass gerade große Konzerne oder große Firmengruppen als besonders gute Käufer gelten, wenn ein neuer, expansiv orientierter Manager zum Zweck der persönlichen Erfolgsbilanz beispielsweise eine kleine regionale Marke zu einer überregionalen oder gar internationalen Marke ausbauen möchte. In Größenordnungen von mehreren Hunderttausend oder Millionen Euro bei einem Verkauf des eigenen Unternehmens ist die Konsultation eines Anwaltes und eines Steuerberaters jeweils mit einer fundierten Erfahrung in Mergers and Acquisitions, also Fusionen und Übernahmen, unabdingbar. Diese beiden Parteien sind auch die erste Anlaufstelle, wenn es um die besagten Branchenmultiplikatoren im Detail geht. Einen groben Überblick bietet beispielsweise die deutsche Finanzfachzeitschrift Finance, welche die Branchenmultiplikatoren regelmäßig aktualisiert und online kostenpflichtig veröffentlicht. Es sei angemerkt, dass dies keine Werbung ist. Noch mehr über den seriösen Vermögensaufbau und auch Vermögenserhalt, das erfahrt ihr ausführlich in meinem Buch Das Abenteuer Edelmetalle. Und wenn ihr noch mehr über Finanzen allgemein erfahren möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Und wir sehen uns dann sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Auf bald! Bis zum nächsten Mal.